Die Karte wird in der Mitte von der Karte gesetzt. Die Karte wird in der Mitte von der Karte gebrochen. Die Karte wird in der Mitte von der Karte gebrochen. Die Karte wird in der Mitte von der Karte gebrochen. Geht schon. So schaut der Karte aus. Das haben wir auf eine Torte gestellt, also schreibend. Entschuldigen, genau. Jetzt machen wir genau die Portion. Zwiebeln noch dazu. Die sind noch roh. Das ist die Rosenmehl. Rosenmehl. Dann geben wir Gewürze rein. Das ist Zucker, Salz, Pfeffer. Weißer Pfeffer, oder? Weißer Pfeffer ist da dabei. Und dann geben wir mal ein Futter. Die Tiere rein. Das ist dann die Fürstenkartoffeln mit Kanälen bei uns so gesagt. Die Brotspeite. Die Brotspeite. Die Brotspeite. Die Brotspeite. Und ein bisschen mehr Mehl, damit es ein bisschen fester ist. Und dann haben wir die Brotspeite. 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 Das Blatt? Nein, keine Zahler. Das ist so wie, wie soll ich dann sagen. Das ist... Aber ich sag dir, danke. Jetzt sind wir doch hier. Die Brotspeite. Die Brotspeite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017